Herzlich willkommen zu unserer kleinen Vorstellung der neuen Büroräume am Standort Lüneburg. Wir würden euch gerne mitnehmen auf einen kleinen Fundgang durch unsere Büros und wir würden euch die einzelnen Produkte, die hier verbaut wurden, gerne näher bringen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie man sieht, zeignet sich unser Büro durch Offenheit und Helligkeit aus. Der Grundgedanke dahinter ist offenes Arbeiten, was durch die Divisorio Glastrenmer-Systeme möglich gemacht wurde, die unsere Büroräume voneinander trennen und somit für eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre sorgen. Wie ihr sehen könnt, wurde hier eine Isolette verbaut. Diese wurde im entscheidenden Zwischenraum verbaut und dient dazu, das Sonnenlicht abzuschirmen. Außerdem dient sie dazu, gerade bei wichtigen Meetings, Vorstellungsgesprächen, eine gewisse Privatsphäre und Ruhe in dieses Büro zu bringen. Die Isolette wird mit einem kleinen Motor betrieben, welchen man per Fernbedienung einfach steuern kann. Außerdem kann man die einzelnen Lamellen so einstellen, dass man das Sonnenlicht von außen regulieren kann. Dies werden wir euch anhand eines Zeitraffers jetzt im Nachhinein einmal zeigen. Das letzte Produkt, was wir euch vorstellen möchten, ist Cleverglas. Dieses haben wir wie zu sehen bei uns in der Küche verbaut. Es ist ebenfalls einfach steuerbar und durch eine große Farbauswahl individuell an den Kundenwunsch anpassbar. Es überzeugt sich eine homogene Ausleitung, wodurch keine Schatten zu sehen sind. Die Anwendungsgebiete können im Innen- und Außenbereich sein und vor allem wird es bei Küchengrückwänden und bei Duschen verwendet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017